Ich heiße Thomas. Ich bin Teamleiter. Wenn ich bei einem Kundentermin mit einem komplizierten Problem konfrontiert werde, das es zu lösen gilt, rufe ich einen Kollegen in der zuständigen Abteilung an und bitte ihn um Hilfe. Dazu verwende ich die professionelle Kollaborations-App auf meinem Smartphone, um diesem Kollegen entweder eine Nachricht zukommen zu lassen oder einen Audio- oder Videoanruf mit ihm zu starten. Auf diese Weise kann ich Ihnen die Kundenfrage in Echtzeit aufzeigen und kann sofort von Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung profitieren, um das Problem des Kunden effizient zu lösen. Nach unserem Gespräch können wir auch mit wenigen Klicks einen Gruppenchat, eine sogenannte Bubble, erstellen und mit dem Kunden teilen, sodass wir größere Dateien sicher miteinander austauschen können. Wir haben unser Service-Niveau verbessert und die Kundenzufriedenheit gesteigert. Für mich ist meine App ein professionelles Tool, das Video- und Audiokonferenzen auf jedem Device ermöglicht. Eine sichere Plattform für Zusammenarbeit und Kommunikation in Echtzeit. Ein wirksames Mittel zur Verbesserung unseres Kundendienstes und Service-Niveaus. Kurz gesagt, ich habe mich für Alcatel Lucent Rainbow entschieden.